Das Gospelart Studio präsentiert Die Auferstehung des Georg Friedrich Händel In einem bewegenden Einpersonenstück werden für den Zuschauer die dramatischen Ereignisse im Leben des großen Komponisten aus der Sicht seiner Haushälterin Dolly Miller auf der Bühne lebendig. Es ist ja so, als ob Gott selbst sein Wort in dieses Haus gegeben hat. Sein Wort der Auferstehung dem Master Händel selbst gegeben hat. Die Auferstehung des Georg Friedrich Händel Ein Bühnenstück von und mit Mirjana Angelina Die Auferstehung des Georg Friedrich Händel